Frau Dr. Tsu, was ist ein Stent und wann kommt der zum Einsatz? Ein Stent ist eine Gefäßstütze aus Metall und kommt zum Einsatz, wenn ein Gefäß verengt ist. Und wann weiß man, ob man einen Stent implantieren muss und wann man auch ohne auskommt? Also gibt es da Grenzwerte oder wie macht man das? Genau, also im akuten Herzinfarkt, wo ein Gefäß akut verschlossen ist, ist die Regel, dass man das Gefäß wieder eröffnet und da dann eben einen Stent setzt. Damit das schön offen bleibt. Genau, damit das schön offen bleibt und bei stabilen Fällen, wo man eben aufgrund der Beschwerden sich die Engstellen anguckt, beurteilt man die Engstelle mittels Druckdrahtmessung, ob die eben relevant ist, ja oder nein. Wenn das relevant ist, wird dann in der Regel ein Stent gesetzt. Bei kleineren Gefäßdiametern ist es auch tatsächlich so, dass wir manchmal kein Stent setzen, sondern nur das Gefäß mit einem Ballon gelatieren und dann mit einem medikamentenbeschichteten Ballon behandeln. Super, jetzt haben wir ja gesagt, wir haben jetzt so Techniken, wo wir tatsächlich auch messen können, ob ein Stent was bringt oder nicht. Früher hat man das einfach so mit Eyeballing, also quasi man hat sich das angeschaut und gesagt, ja oder nein. Wie macht man das, dass man jetzt das wirklich auch messen kann, ob eine Engstelle, eine Schenose relevant ist oder nicht? Genau, dazu benutzt man ein Druckdraht, wo am Anfang des Gefäßes quasi so ein Sensor ist. Der wird in der Schlagader genullt und dann über die Engstelle vorgebracht. Man kann eine Messung entweder in Ruhe oder bei Stress durchführen. Also das ist zum einen entweder DFR oder IFR, das ist in Ruhe. Da guckt man, wie quasi der Blutdruckabfall in Ruhe hinter der Verengung ist. Und da ist die Grenze 0,89. Also wenn es unter 0,89 ist, ist es relevant. Und wenn das in der Ruhemessung so ein bisschen fraglich ist, das heißt, wenn man so Zahlenwerte hat, so um die 0,9, 0,89, dann greifen wir häufig auf einen Stresstest zurück, in dem die Patienten von uns auch noch ein Medikament bekommen, was das Gefäß maximal erweitern soll. Das soll quasi dann die Belastung imitieren. Und da haben wir die FFR-Messung. Und bei der FFR-Messung ist es so, wenn der Wert unter 0,8 ist, dann ist das ebenfalls relevant. Okay, das heißt, wir können direkt messen, ob die Engstelle wirklich zu einem relevanten Abfall des Blutdrucks hinter dieser Engstelle führt, was ja dann für den Herzmuskel quasi bedeutet, dass er einfach weniger Blut abkriegt. Und damit ist er dann auch relevant. Super. Wenn ich jetzt als Patient so ein bisschen Angst habe vor so einer Stentimplantation, spüre ich das, so einen Stent, der da in mir liegt? Oder wenn der vor allem auch dann aufdilatiert wird? Wie muss man das vorstellen? Manche merken es gar nicht. Und andere merken quasi jede Aufdehnung mit ein bisschen Brustschmerz. Wie gesagt, wenn wir aufmachen, kann das bis zu 15 Bar, 20 Bar manchmal bei sehr verkalkten Engstellen sein. Und das merken die dann. Jetzt habe ich eine Dame, die im Vorfeld gefragt hat, wie lange hält so ein Stent und muss man den vielleicht auch austauschen? Austauschen ist schwierig, weil diese Stents in der Regel ja im Körper verbleiben, es sei denn, man verliert es im Rahmen der Prozedur. Passiert aber selten. Passiert sehr selten. Und ob es wieder zu Verengungen kommt, ist abhängig davon, wie im Vorfeld diese Engstelle behandelt worden ist. Und da kommen wir wieder dazu, wie wichtig die intravaskuläre Bildgebung ist, damit man eben diese Verengung im Vorfeld gut vorbehandelt und den Stent perfekt ansetzt. Und dann kann es auch wirklich sein, dass diese Stents jahrelang, 15, 20 Jahre halten. Was, glaube ich, am wichtigsten ist, und da kommen Sie wieder ins Spiel, ist eben die Prävention. Da muss man einfach dafür sorgen, nur weil Stents eingesetzt sind, heißt ja nicht, dass das Problem behoben ist, sondern man muss dafür sorgen, dass alle Risikofaktoren perfekt eingestellt werden, weil so eine Verschlechterung, eine Progression der Corona- und Herzerkrankung eben auch aufgehalten werden kann. Und wenn ich jetzt so zwei, drei Stents implantiert bekommen habe, kann ich damit ein ganz normales Leben führen? Ja. Ja. Schön. Was muss ich beachten? Also meistens sind ja die Stents nicht das Limitierende am Leben, sondern was eigentlich passiert ist, ist, dass wenn durch einen Herzinfarkt eventuell Herzmuskel zu Schaden kommt, weil es unzureichend mit Sauerstoff versorgt wird, dann kommt es eben zur Ausbildung einer Herzschwäche. Ja. Und das ist das, was unsere Patienten manchmal im Alltag spüren, dass die weniger belastbar sind. Ja. Und da gibt es Medikamente, um eben die Herzschwäche optimal einzustellen. und da sieht man manchmal auch eine Erholung der Belastbarkeit. Super. Frau Dr. Chu, ganz, ganz lieben Dank für dieses Interview. Ich glaube, da haben wir alle eine Menge lernen können. Und ja, ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal sehen. Das war es schon wieder von meiner Seite. Wenn bei dir bereits eine Arteriosklerose vorhanden ist, dann schau mal auf dieser Webseite vorbei, ob mein Herzcoaching etwas für dich sein könnte. Bis dahin, mach's gut und bleib schön gesund in deinem Dr. Hart.